Wenn Sie uns das jetzt alles erzählen, dann muss man sagen, führen Sie jene Asylpolitik oder beziehungsweise Kehrtwende von Werner Faymann, die ihn schlussendlich auch die Kanzlerschaft gekostet hat, konsequent weiter. Sie bauen mit eigentlich an der Festung Europa. Oder inwiefern unterscheidet sich Ihre Asylpolitik von dieser viel kritisierten in der SPÖ? Also, wir haben eine Verantwortung. Und wenn man heute mit Leuten spricht, und der war vor kurzem mit meinem Freund in Simmering im Wirtshaus wieder, dann hast du Befindlichkeiten, die klar auf der Hand liegen. Die Leute haben Sorgen um ihr Einkommen, die Leute haben Sorgen um ihre Sicherheit, die Leute haben Sorgen um ihre Pensionen. Deshalb habe ich das mit den Pensionen ausgeführt, weil ich finde, wir müssen nicht bei jedem Thema Unsicherheit verbreiten als Bundesregierung. Bei der Geschichte ist es so, dass da tatsächlich der Zusammenhalt unserer Gesellschaft am Spiel steht. Und wir erleben, wie die Konfliktlinien kreuz und quer durchs Land geht. Wir reden oft davon, dass Österreich gespalten ist. Diesen Thema muss man sich stellen. Und da hat sich die Situation verändert. Aber wir müssen uns dem mit menschlichem Augenmaß stellen. Weil mein Verständnis ist nicht zu sagen, wir bauen die Festung Europa, und was hinter unseren Grenzen ist, das interessiert uns nicht mehr. Weil dafür haben wir natürlich eine Verantwortung. Wir haben auch deshalb eine Verantwortung, weil Teile dieser Wanderungsbewegung der Westen, die Vereinigten Staaten, Europa ausgelöst haben, durch den Export subventionierter Agrarprodukte, durch die Überfischung der Ozeane. Und jetzt kommen diese Menschen zu uns. Wir werden uns aus der Verantwortung nicht stellen können. Und das bedeutet auch, dass wir ein großes Investitionsprogramm brauchen, um vor Ort in Nordafrika, in Westafrika Aufnahmezentren zu schaffen, wo die Menschen betreut werden können, nahe an Herkunftsorten. Was im Übrigen auch die billigste Variante ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020